Musik Venedig in Berchtolstorf Ich bin die Oberelfe und Ministerpräsidentin vom Nahen Zentrum Obersankt-Veil in Wien-Hitzing. Wir sind Wiens älteste Faschingsgilde, seit 1886 bin aber kein Gründungsmitglied. Ja, die Zeit nimmt es zusammen, darf man dann immer einsteigen. Blüten tut der ersten Mond raus. Sehr gut. Jetzt wird man eigentlich noch die Mörder suchen, die hat vorhin wieder gesagt. In der heutigen Gesetzgebung schreibt vor, jeder der heute von euch zum Heuring geht, trinkt ein Viertel und ein Achtel. Warum? Das verträgt ja eh die alte Schachtel, die heute da ist. Die Faschingsgruppe des Roten Kreuzes präsentiert die Muppet Show. Die Faschingsgruppe des Roten Kreuzes präsentiert die Muppet Show. Die Faschingsgruppe des Roten Kreuzes präsentiert die Muppet Show. Die Faschingsgruppe des Roten Kreuzes präsentiert die Muppet Show. Die Turmräder, die sind unsere Kulturbotschafter, die sind die Motorradgruppe von Berchtelsdorf und die sind unsere Kultur- und Tourismusbotschafter, die fahren in Frankreich, Spanien, Deutschland alles ab und sagen überall, Berchtelsdorf ist so schön. Untertitelung des ZDF, 2020